In Gemeinschaft kann man neue Kontakte knüpfen. Gemeinschaft heißt, sich über Generationen die Treue zu halten. Gemeinschaft heißt, alles zu geben. Aus der Gemeinschaft kann man richtig Kraft schützen. In der Gemeinschaft hat man immer die besten Karten. Gemeinschaft bedeutet, Teil von etwas Großem zu sein. In der Gemeinschaft sitzt du bei allen wichtigen Entscheidungen mit am Tisch. Gemeinschaft heißt, sich Zeit füreinander zu nehmen. Volksbank Osnabrück. Seit 100 Jahren für die Zukunft.